Dann schauen wir mal rein bei Rock Bargaros. Mit dem Boy war ich zusammen beim KTM-Meet in Italien gewesen. Vor ungefähr, ich weiß nicht, vor drei Monaten oder sowas war das. Ich glaube, da war es noch relativ warm gewesen. Könnt ihr euch bestimmt erinnern, da wurde die RC93 rausgebracht. Und der hat hier, ich würde sagen, so ein Video wie Fabio Wippmer nur aufs Motorrad gesehen. Solche Videos bringt er relativ regelmäßig raus, also ein bis zweimal im Jahr. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Also es ist wirklich high-end produziert. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen die Qualität hochstellen. Wollen wir das mal auf 4K gucken. Wenn es jetzt nicht wieder Todes leckt für euch. Und ich gehe mal mit der Kamera nach unten. So, ein bisschen kleiner. Let's go. Einfach enjoyen. Man kennt's, oder? Man macht das Motorrad an und sofort glüht euch der Krümmer weg. Digga, was ein geiler Auspuff. So eine geile Location. Digga, der Typ hat eine Bike-Kontrolle. Nicht von dieser Welt. Jetzt holt er die ganzen Items ab. Was ein Schott. Was ein Schott. Ist das ein geiles Video, oder? Also high-end produziert. Was ein Schott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann man so krass driften, alter Eine Hose wäre nice, eine Jogger Weißt du, was der für einen Sponsor hat? HTM, Arvon, Cardo, Scorpion Magna, Highest, Rando Metro, Moto Masters TXT, Bagarosh Performance Das ist eine eigene Marke Austin Racing, das war der Auspuff gewesen WP Suspension Ach, dann kann ich vielleicht Fahrwerk Und Lip Pro Hinge Auf jeden Fall Auf jeden Fall